Und er schießt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Da kommt der Pass. Den will er mit Gefühl machen. Gut gehalten hier und damit weiter unentschieden. Ja, da passt er gut auf. Der Spielausgang damit lag wie vor völlig offen. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Da kommt der Schuss. Pfosten. Jetzt kommt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Schießt er ihn rein. Seinster Jast mit dem Tor. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht. Ein richtig schönes Tor.